Esst doch was, liebe Frisch. Mach ich. Mach ich doch. Es ist doch schön, keinen bunten Hintergrund mehr zu haben. Achso, klappt mit dem... Ganz gut sogar. Glückliche. Warte mal, was brauchte ich denn noch? Wie... Was? Oh, elektrischer Stahl. Rainer Neterquartz. Rainer Neterquartz brauchst du bestimmt. Neterquartz oder Rainer Neterquartz. Äh... Ball für diese komischen... Hm? Normales Glas kann ich nehmen, ne? Na, dünne. Gut. Hm. Jetzt fertig. Mach ich mal eben hier aus. Ähm... Weil... Ich brauche ja jetzt... Energetisches... Van Goldbarren, Glowstone und Redstone. Zwei Stück davon. Also. Nur. Ich brauche mal leider nicht, der nicht mal nicht. Most von... Ich... Ähm... Fehren noch ein Redstone irgendwie. Hm. noch ein solch zu beurteilen akkord rätst du ob es ja habe ich auch noch ich muss nur was an der wo der welt ich glaube ich habe an die falsche Teste gekommen ein letztes mal eben was bräuchten für den energetisch elektrischer stahl ist litium und da und wie kriegt stahl hin ohne pulver silizium und eisen ok trägt mal kohle hier mit kohle pulver kohle pulver wo schwefel und wenn du feuerstein malst dann kriegst du wenn du kies malst dann kriegst du feuerstein oder was ich das jetzt richtig verstehe was was und gold waren und jetzt hier war das elektrischer stahl war kohle pulver litium eisen eisen und noch nicht nur mal das klas ja schlimm ist ich muss immer von a nach b und von b nach a und so das nervt ist das ist jetzt kein normales das das ist ja schnell machen doch ich hab noch glas das wäre jetzt aber auch leckten leckleck auf dir lachhaft wenn du kein glas mit das traurig zugleich ich kann holz mehr ich hab schon irgendwo holz aber ich muss das mal suchen dann zu gehen ich hab noch noch viel besser und bitte was lebs wir dafür müssen jetzt mal hm was denn hast du vielleicht noch eine netter quads äh Winterquarz willst du von mir haben? Eins, ja. Bist du des Wahnsinns? Äh, Wahnsinns? Da nicht. Da doch. Muss ich aber erholen, komm. Nein, bring ich dir. Äh, lass aber erst pennen gehen, weil es wird Nacht. Erwarte. Ich kann nicht warten. Ich will hier noch im Bett stehen. Wo am Bett denn hin? Also bestimmt noch im Rucksack oder so. Ich dich kenn. Oh, Nitterquarz ist ja ätzend. Da brauchst du einiges von. Ja, ich seh's schon. Da brauch keine Lust, um Nitter zu gehen. Werde ich auch noch machen müssen, Mitter. Mal. Sommer zusammen. Ich brauch nämlich Nitterquarz ganz viel. Könnte man ja machen. So, ich liege. Achso, alles klar. Ich jetzt auch. Bob. Schnarch. So. Dann komm ich mal zu dir rüber gedackelt. Was war das denn? Meine Flasche. Du bist eine Flasche höchstens. Alter, willst du mich loswerden, oder was? Sicher schon. Aua. Oh, nimmst du essen. Die Vorhaben und... Das ist Essen, das gibt. Ein ganzes Essen. Ich muss mich extra noch mal zerfähigen lassen, das gibt's ja echt nicht. Für einen einzigen Meterplatz. Wenn ich wissens eine Voltaianlage bauen kann. Hallo Spinner! Hallo! Komm rein erst. Da war ein Viecher. Wenn ich eine Voltaianlage wissens ich schon mal bauen kann. Danke. Wer willst du mit einer? Ja wir sind schon mal ein Mal. Bisschen Strom. Man kann das leider nicht aus dem Generator speichern. Wie speichern? Auch in der...ja doch kannst du auch. Nur der produziert eben halt nicht so viel Energie. Ja wenn ich da mehrere ranpacke. Ja. Äh ne. Also voll gut überfangen wie gesagt. Ähm genau. Hier wollte ich dran. Ja ich werd wohl auch in den Leta müssen. Nö. Nö. Die quert wohl auch wenn ich dann den Leta müssen. Oh ich hab meine erste Voltaian. An-, an , an, an.... Anlage. Voltaian- Ne, 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 ne. Sacht mir, da kommt mir nicht aus. der bau gecraftet ach da oben sollte ich auch noch ein dach dafür hatte ich so viele steine ich war mich schon am wundern warum ich so viele steine gemacht hatte weiß ich wieder wofür nirgendwo bin ich richtig fertig das nervt wo ist denn die steinchen hin gerade noch gefunden eine erste voltei wir müssen ich werde es eh nicht aufbauen können und da sind wir aber ich brauche ganz dringend nitter Quarz wir müssen wohl zusammen mit dem niter gehen ja zu dir kommen komm hier Wolfram Wolfram komm hier langsam mal eine andere Waffe was langsam mal eine andere Waffe ich mach mir ernsthaft Gedanken was hast du denn gegen Wolfram mich nix gegen Wolfram aber deine wie du bist ja wo ist er denn hier komm hol die Knochen hol die Knochen Wolfram oh Gott ist natürlich nicht mehr das was ich suche was ist er denn hier was ist er denn hier hat er ich kann mir alles was ist er denn hier was ist er denn hier noch eine weitere Annahme was? 3 Nähte ach so ah wo waren jetzt mal wo hab ich noch gesehen warte ich krieg hier echt die Krisen vielleicht unten das was? ich hab sicher bald schon glaub ich also meine andere Waffe oh ein Inder ich muss aber eine andere Waffe für nehmen ja leider Gottes die Krisen aber solange kann ich mir keine Ärzte stellen und stellen ja 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 das sollte man haben ja 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 du wirst noch leben oder die jahre richtigen jetzt wo sind jetzt sich fast sind gepackt man hört sich nur fluchen ja bereit kann man in der jetzt nicht angst aber dann lass ich alles da außer mann futter ich lasse alles hier das andere lasse ich hier falls ich sterbe ich wüsste es noch anders wenn man das auch immer braucht was denn wofür man schwefel auch immer braucht so ich wäre dann sobald er warte ich dann komme ich jetzt warte niemand haben man lasse ich hier ich mag nicht im nähtag so eine fahre der ehre hab ich genug zu essen jetzt muss ich mal eben was essen weil ich gleich wieder der haben sparen spiele so wo ist der herr doof ich bin hier oben bei mir in meinem räumchen wo ist denn du dein netter ich weiß ja nicht wo du bist ich bin draußen ja komm rein mein netter so wo und da noch so eine rüstung an glaube diamanten rüstung habe ich ich habe ich nicht weil ich habe keine ich habe keine ganze unter meine zauber rüstung ist weg ich habe ja nichts im diamanten habe ich ja nicht erst wieder alle hallo komm runter Wo bleibst du denn? Wo denn runter? Ja, die Leitern komplett runter. Oh. Ich weiss ja nicht mal, wo du bist. Runter. Alter, wie dämlich bist denn du? Ist das schwer das Wort zu verstehen? Die Leitern komplett runter im Haus. Hä? Alter. Vorletzter Ausstieg. Also nach dem... Ja, jetzt raus. Ciao. Ich wollte gerade sagen, da musst du... Bereit? Mit deiner Diamantenrüstung ist voll unfair. Raus da. Wie ist denn das? Schnell raus, sonst bauchst du wieder. Ihh, guck mal hier. Ach toll. Ein Besuch. Was ist das? Was? War da gefiebt? Es ist ein Gas. Ja, jubb. Nee, aber... Die bitte nicht angreifen. Ich weiss. Oh nein, haben wir etwa auch diese bösen... Diese bösen Viecher. Diese bösen Schmetterlinge. Vorsichtig, wir schweben hier auf einer Insel, ne? Unter uns und et cetera ist überall, äh, Lava. Doof ist ein neter Portal. Ich bin gestorben damals hier. Weil ich direkt runtergefallen bin. Oh! Oh, oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig! Danke, dass du mich angezündet hast. Entschuldigung. Nee, ich, äh, gehe jetzt mal einen Weg alleine. Ja, hallo. Ja. Wann, muhaare. Du gehst allein für dich, ich gehe allein für mich. Das ist der beste hier. Wann, muhaare. Ja, siehe, aber wenn ich sag, vorsichtig, schlag drauf. Schon warum stehst du ihn dann drauf? Boah. Ja, aber da sollten wir nicht. Wo ist der denn? Ah, da. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Äh, du hast da unten, das könnte ich nicht mehr gehen. Uuuuua, aua, 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 aua. Wo sind wir ja? Ich seh' ja nicht, dass das mein Hauptproblem wäre. Alter. Au! Ich will gaslos werden. Uah! Ich glaub, ich hab ihn getroffen. Ich seh' nicht mehr. Dann auch nicht mehr. Ich seh' nicht mehr. Oh, das ist jetzt ein Fackeln. Hup, warte. Vorsicht, das Blut. Ehhh. Ich muss mal meine Sachen hier weglegen, weil falls da jetzt auf einmal gleich Lava rausschießen sollte, ich möchte da ein bisschen drauf vorbereiten. Ja, hier muss ein bisschen Mining betreiben. Ja, zwischendurch findest du aber auch gute Wege, so schon. Also ich hatte irgendwo auch schon mal echt ganz viel nüter Quatsch gefunden. Ja, die auch schon. Einfach so. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich nicht hier an eine Seite weitergehen soll. Wieso seitlich? Das wäre auch eine Idee. Oh, hier sind wir. Wo sind wir denn jetzt hier? Weiß ich, ich trau mich nicht ganz so nah ran. Irgendwo sind wir hier. Aber ich höre schon wieder ein Gas. Wir sind in der Nähe von einer Netra-Festung auf jeden Fall. Oh, da möchte ich nicht runterfallen. Wenn du Netra-Quatz siehst, sag bitte Bescheid. Ich baue das dann gerne ab. Mit meiner Glücksspitzhacke. Ich brauche auch noch eine. Okay, hier stürzt man einfach nur in die Tiefe, glaube ich. Ah, hier in der Nähe sind ja zwei Festungen. Und dann... Ja, hier sind so ein paar... Scheiße. Komm mal nicht einfach so runter. Wo bist du? Ich hätte ja mal vielleicht ab und zu... Damit hinter dir vielleicht nix spawnt mal was gesetzt. So, hier kann man sich auch nochmal durchbuddeln. Bisschen Netra-Mining hier. Ah, Netra-Quatz! Bis auf die Losdorn habe ich noch nix gefunden. Ich hab Netra-Quatz gerade. Ehh, aua! Ne, da bin ich nicht runter. Ich guck. Ab, natürlich. Hab ich natürlich sofort gerade vernichtet. Mh... Verständlicherweise. Oh, da ist noch mehr. Das ist noch mehr. Neterquartz Was zum Glück Ich hab einfach nur gesucht Ich teile mit dir Ich werde mit dir teilen Ich hab 32 Neterquartz schon Wir sind hier auf dem Felsen So komischer Wald Aber hier in den Festungen ist meistens auch immer neterquartz Man muss aber nicht Guck übrigens immer auf dem Boden wenn du buddelt Da kann auf einmal Loch sein Ist nicht immer so angenehm Immer auf Anlass ein bisschen Shit ich hab fast keine Fakten mehr bei Ja ich hab noch Holzball Alles gut Duuuuuhuuhuuhu So Ja, zum Beispiel die Lava, meine ich. Lass doch einmal Lava da vor deiner Lase. Peter Quarz. Soll ich, warte, ich komme? Wo bist du denn? Warte. Bin Stücke zurückgelaufen. Hier, hier, dreh dich um. Warte. Warte. Doch. Durch, 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 durch. Ach, also. Noch nicht wenig. Hm. Besonders, wie gesagt, durch die Glücksspitzschaffe ist die schon sehr oft noch mal höher. Ach, auch eine. Oh, wir machen halt auch ein. Ich hätte ja auch schon 32. Mieter Quarz zu sammeln ist nie verkehrt. So 64er Stack 1 haben wir schon mal vorbei. Voll mein ich so. Hau nochmal mit dem Hammer so vielleicht nach hier und einmal nach da. Wenn man nochmal Mieter Quarz findet vielleicht. Ah ich habe auch nochmal Mieter Quarz gefunden hier. Wuiiii. Läuft fähig, läuft. Das ist jetzt nix an Mieter Quarz. Weil ich mach mal unten den Boden ein bisschen zu. Noch das. Ah das ist auch noch Mieter Quarz. Und noch mehr. Mal so guten Quarz flöt gefunden. Ja ich geh nochmal ein Stück hier gerade durch. Warte aber schau mal. Ich will jetzt das Grundneutchen. Lava 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 lava. Ja lava nicht. Was zu Ende. Da wird nix sein. Definitiv. Oh warte. Achtet. Äh. Läuft ein bisschen zu doll. Oder krieg ich da was immer am Eimer. Toll Blutsuppe. So mal gucken. So. Kann ich da vielleicht. Ich höre hier ganz weit Schweine. Kann ich hier vielleicht nicht. So. Hammer ist weg. Licht leider auch. Das Licht ist leider auch weg. Hua. Super. Ich hab. Komm leider nicht an meine Steine gerade. Warte ich hab. Was hat jetzt aufgemacht? Ach da. Oh. Hast du zu? Ich hab noch nicht. Geh mal weg. Jetzt. Lust dass es wechselt oder? Nein das ist möglich. So jetzt weg. So. In die Richtung nicht mehr buddeln. Ja auch nicht. Wieso? Da war Lava. Ja. Nur in der Richtung. Und dir hab ich ja zugemacht. Ich hab schon wieder Schamhaar. Was? Höre Schamhaar. Wir können ja hier gekonnt durchlaufen. Wir können ja hier gekonnt durchlaufen eigentlich. Ja. Jetzt hab ich ein bisschen falsch gemacht. Richtig. In die Höhe. Nö. Wie geht's denn da hin? Achso. Geht nur eine tiefer. Okay. Achso. Hier ist ja irgendwo wild wieder einfach ohne Fackeln setzen irgendwas gebastelt und gebuddelt. ich verstehe noch nicht warum du nie Fackeln setzt. Ja. Mh. Mh. tueberyoioioioioioioioioioioioioioioiioioioioioioioioioioioiiiiix tue gäbe Meaning Hassle domestic skirts leitet zu beurteilen ach der kann gar keine Lava von unten das nix dann machst du da und machst du da gerade oder denn warum okay dann habe ich immer gehört mir nicht gefällt das ist sowieso nix was gefällt dir hier sowieso nix ich hab netter Quatsch zwar nicht viel aber wo ist denn du? hier hilft mir sehr weiter hier 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 dre dich um dre dich um umdrehen 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 ja da kam ich doch gerade her nein kamst du nicht Fackeln verdammt wo sind deine Fackeln? leer ich hab du hast doch keine einzige gesetzt hier die können doch nicht leer sein da alter geht hier in den Netter ohne Fackeln da wundert die sich dass die keine Diamanten hat wieso du hast die doch alle gemopst also ja da oben ist noch ja ja nur weißt du hier ist ja wieder so gut ausgeläuchtet gerade sieht man es aber auch mal du hast aber den Weg hingegen markiert gehabt ne? Alles klar, da möchte ich nicht lang. Das ist der Lava. Oh nein. Ich höre ein Garst. Mhm. Ich sehe nur Schweinmenschen, die jetzt hier drin sind. Ich bin draußen, blöde. Oh, oh, oh. Wo ist er denn jetzt hin? Kleine Garstie, Mann. Da! Da, 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 vor dir direkt. Mist. Ich muss jetzt irgendwo hinschießen. So. One-Heater hast du gesehen? Hast du das gesehen, Fade? Ja, super. Hab's gesehen. Kann man nicht aufhören auf diesem Fleisch? Da ist Kloster, äh da ist Neter Quarz. Ja, warte, 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 warte. Da oben. Du siehst aber den anderen da vor uns. Was? Wo oben? Da hinten. Durch. Gerade durch. Da, hier oder was durch? Genau, da oben. Hä? Ist hier oben nichts? Hier, 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 hier. So. Nicht grad wenig. Ja, hältst du mir den Rücken frei. Wenn du mir den Rücken frei hältst, hol ich es. Was? Äh, weil... Was ist das? Das ist nichts Gutes. Es trefft an. Vorsicht! Der brennt auf jeden Fall. Vorsicht, der hinten ist ne Lohe. Puh. Aber die Lohn gehen eigentlich, die kriegst du noch platt. Jetzt sind aber jetzt Neter Lohn. Die kriegst du aber auch noch platt. Wenn ich da jetzt sehr nah vor stehe, siehst du irgendwo noch nötiges? Äh, da auf der linken Seite. Links, links, links. Links. Noch weiter links. Nein, ich muss niesen. Patschi!